Willkommen. Oh, die Musik kickt wieder hin. Die Musik kickt wieder hin. Ich habe gerade 15 Minuten nur Musik aufgenommen hier und Atmosphäre, dass ich mit einem Limiter und so überarbeiten werde, damit das alles noch ein bisschen lauter und cooler und ausgeglichener klingt. Aber ja, wir machen jetzt Wetteras Nebenmission. Wir gehen noch ein bisschen Atmosphäre genießen hier. Richtig geil, dieser Asteroid hat einen eigenen Namen, kann ich mir nicht merken, mit einer eigenen Nummer, H47 oder so. Allein dieser Solar Flare oder wie das Ding heißt, dieser Lichteffekt und diese Hintergrundmusik, die zwischendurch richtig coole Phasen hat. Richtig, richtig cool hier, richtig cool hier. Ja, 15 Minuten nur rumgefahren, herumgeradelt, wollte ich gerade sagen und Atmosphäre aufgenommen. Ziemlich cool, ziemlich cool dieser Planet. Untertitel habe ich hier aus, die muss ich noch einstellen, merke ich gerade. Sonst kriegt man nicht viel mit von Petra Snap Mission. Einstellungen, Audio, Dialog ist wieder ein, Untertitel aktiviert, perfekt. Und dann ein bisschen. Dann werde ich noch ein bisschen wahrscheinlich an der Musik hier arbeiten, an diesem Song. Das ist ein Remake, Remix. Ja. Auf diesen Pronaten würde ich echt gerne rumcruisen mit der Hintergrundmusik. Ich gucke rein da, bevor ich noch weiter mich im Nichts verliere. Wo ist mein Mädel? Ich orte kein Leben in unserer unmittelbaren Umgebung. Gehen wir rein, aber bleiben Sie wachsam. Meine Schwester hat bei ihren Recherchen möglicherweise etwas übersehen. Und da sind sie. Und jetzt erstmal, ob wir Abfahrtszonen oder was zum Abbauen hier haben. Wenn die Musik noch kurz im Hintergrund rein und raus leuchtet. Ich werde wahrscheinlich, wenn wir in Combat sind oder anderen Planeten wieder Musik unterdrehen müssen. Okay. Ich habe mich auch umgeschaut. Es hat drei Versionen gegeben, alle eine Stunde gedauert, aber es sind alle drei nicht so gut abgemixt. Die Songs Revenants. Ich bin in Schrotflitte mit. Crusader haben wir bekommen. Wann ist denn das Teil angekommen? Und wir haben jetzt schon wieder fast 10 Grad draußen, also es sollte wieder alles flüssig laufen, wenn diese Spiele ohne Crash ist und so ein Zeug halt. Hoffen wir es mal. Das kann ich wieder umeindern. Das da. Das hat perfekt gepasst. Boah. Sieht verlassen aus. Ich schwöre, wenn uns Sid auf eine sinnlose Suche geschickt hat, dreh ich ihr die. Los! Weg hier! Was zum Teufel war das? Habe ich sie erwischt? Sorry. Ah, Nix. Wie schön sie endlich kennenzulernen. Und ihre Freunde. Wenn ich mich nicht irre, ist er ja sogar der Pathfinder. Mein Köder war besser als erwartet. Die vermissten Siedler. Wer sind sie? Warum entführen sie Unschuldige? Sie sind Verbrecher. Sie haben ihnen geholfen, mir zu entkommen. Denken sie, ich lasse ihnen das durchgehen? Jetzt haben sie viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich muss wissen, was sie gemacht und wen sie verärgert haben. Ich weiß nicht, wer das war oder wovon sie geredet hat. Ich bin nicht so dumm, mir... Schon okay, Vetra. Sie müssen uns nicht schützen. Das war Meriwether. Sie leitet einen Schmugglerring auf Cadera. Wir haben für sie gearbeitet. Vetra hat uns geholfen zu entkommen. Ein neues Leben, versteckt in den Außenposten. Sie schmuggeln Gesetzlose in meine Außenposten? Ja, wir haben Fehler gemacht. Dank ihnen habe ich meine Familie wieder gesehen. Hören Sie, ich kenne sie nicht. Kein von ihnen. Ich muss hier raus. Es gibt keinen Fluchtweg. Es gibt immer einen Fluchtweg. Sie müssen mir glauben, Ryder. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber ich werde es rausfinden. Nun müssen wir zuerst von hier weg. Und glitschst du nicht durch die Wand, durch Gartenbett. Okay, okay, okay. Ich wusste, dass Meriwether uns findet. Ich wusste es. Ja? Meriwether. Ähm, woher kenne ich den Namen? Das ist doch irgendeine Organisation in irgendeinem Spiel, oder? GTA vielleicht. GTA klingt... Meriwether klingt nach GTA selten. Galloway klingt mir auch bekannt vor. Rennen wir mal mit Galloway. Vetra wirkt ziemlich aufgeregt. Langsam zweifle ich daran, ob alles so war, wie ich dachte. Ich hoffe, dass alles klärt sich möglichst schnell. Also hier meine Theorie, ohne dass ich die Mission mehr erinnern kann. Ähm, Vetras Schwester hat unter Vetras Namen die Flüchtlinge geschmuggelt. So in die Richtung. Wissen Sie, was Meriwether mit uns vorhat? Wir waren nur der Köder für Vetra. Vetra ist hier, also hat Meriwether für uns keine Verwendung mehr. Und Vetra? Rache wahrscheinlich. Meriwether mag Leute nicht, die ihre Geschäfte stören. Eines ist sicher. Keinem von uns steht etwas Gutes bevor. Autos. Es wurde erwähnt, dass Sie ein Nexus Exilant sind? Das stimmt. Ich bin nicht stolz darauf. Als wir hierher kamen, war die Lage schlecht. Richtig schlecht. Es war einfach, die Initiative zum Sündenbock zu machen. Als es dann zur Revolte kam, habe ich mich angeschlossen. Aber auf Cadera ist es nicht besser. Oder ganz alleine. Da draußen. Dank Vetra habe ich eine zweite Chance erhalten, das Richtige zu tun. Ich wünschte, ich wüsste, wovon er gesprochen hat. Ja, vielleicht glaube ich meine Theorie stimmt. Ah, Cadera ist richtig geil. Eigentlich. Besser als Eos. Besser als Eos. Erzählen Sie mir mehr über Meriwether. Sie war früher so eine Art Landvermesserin für das Militär. Heute ist sie eine Bandenchefin und Schmugglerin. Am Anfang war die Arbeit für sie ganz in Ordnung. Bis sie anfing Dinge zu tun, mit denen wir nicht einverstanden waren. Aber du kannst bei Meriwether nicht einfach kündigen. Wir brauchten jemanden, der uns ein Versteck besorgt. Und jetzt ist Meriwether überzeugt, wir würden gegen sie vorgehen oder so. Sie sagten, Vetra hätte ihnen geholfen. Wie genau? Einige von uns wollten Cadera verlassen. Sie muss davon über Kontakte erfahren haben. Sie hat uns kontaktiert. Hat Aufträge für die Außenposten erfunden. So sind wir weggekommen. Wir haben sie nie persönlich getroffen. Nur über Funk. Vielleicht war sie es nie. Ach ja? Jedenfalls dachten wir, Meriwether würde uns gehen lassen. War ein Irrtum. Wie kam Meriwether an eine Basis auf diesem Planeten? Durch Freunde auf Cadera. Angara, die ihr von diesem Ort erzählt haben. Das hier war mal eine Mine oder so. Wurde beschädigt und dann stillgelegt. Perfekt für Meriwether. Sie wollte selbstständig losschlagen. Unabhängig von Sloan. Wir haben viel Arbeit hier reingesteckt. Wir haben ein Nischengeschäft etabliert und Dinge getan, von denen selbst Sloan die Finger lässt. Okay, zwischendurch muss man das perfekte Echo suchen bei den Katzins. Damit man kein schieriges Echo im Ohr hat. Wir reden später weiter. Galloway. Galloway. Wann kommt mir der Name auch bekannt vor? Meine Tür. Die Türsteuerung ist von hier aus nicht zugänglich, Pathfinder. Ach, wir haben den Kuganer. Wir müssen einen Weg hier raus geben. Ich kann die Türen von meiner Seite aus öffnen, aber sie sind abgeschaltet. Wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Von Ihrer Seite aus? Wer sind Sie? Das gefällt mir gar nicht, Ryder. Sorgen Sie einfach dafür, dass diese Türen wieder Strom kriegen. Warum kenne ich den Namen? Hätte ich mit nichts noch reden müssen? Okay, die gehen alle runter. Ah ja, Generator. Er scheint funktionsfähig zu sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Oh, drinnen gefangen, ohne Ausweg. So stelle ich mir das vor. Jetzt müssen wir die Energie nur noch zu dieser Tür leiten. Ah ja, keine Kabel ziehen. Hinter einem Gleit. Ach, das habe ich gehasst. So eine Drecksnabmission. Oder jedes Mal, ah ja, Kabel. Dieses Kabel wird die Tür nicht mit Energie versorgen können. Damit könnten wir die Tür vielleicht mit dem Generator verbinden. Ach, doch, Kabel ziehen. Ich bin nicht müde. Ich nehme das überhaupt nicht. Bitte sehr. Ich nehme das überhaupt nicht mitten in der Nacht auf, wie immer. Überhaupt nicht. Nein, mache ich gar nicht. Ich habe keinen Zorn mehr Problem. Mist. Durch das Hecken der Tür wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Wenn die wachen Galloway und die anderen sehen, sind sie tot. Wir müssen sie verstecken. Der Lagerraum. Los, alle rein da. Okay, ich gehe auch rein. Wirst du ausziehen? Der Gegner nähert sich. Ich sende die Bilder der Überwachungskameras an diese Konsole. Dann sehen sie, wenn die Wachen kommen. Wenn sie warten, bis sie vorbeikommen, können sie sie vielleicht überraschen. Anscheinend ist es kuschelig in mir, oder Blondine? Ach, ich weiß nicht. Mit zwei Meter Abstand hat das anscheinend nicht funktioniert bei ihr. Sie will was vom Rider. Man merkt es. Wer kann sie verübeln? Rider ist so eine coole Sau. Okay, fertig. In mir rein zu klitschen. Um. 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 Das ist der offene Mission. Was zum Teufel? Was zur Hölle?! Wo sind die Gefangenen? Sind sie weg? Sie haben sie nicht gesehen. Bleiben Sie hier. Wir kümmern uns darum. Das war's. Wir sollten uns vergewissern, dass es den Kolonisten gut geht. Die haben vier Wachen geschickt für drei bewarnete Experten. Sind alle in Ordnung? Sidera Nix, du hast dich für mich ausgegeben, stimmt's? Äh, wie hast du... Denkst du, ich kenne meine eigenen Tricks nicht? Und hör auf, meine Stimme zu benutzen! Tut mir leid. Aber es war einfach alles viel leichter, als die Leute dachten, ich wäre du. Weil du Kontakte hast und so. Sid! Sie haben uns also wirklich nicht geholfen. Wie Sie gesagt haben, es war... Ja, meine kleine Schwester. Eines muss man ihrer Schwester lassen, Vetra. Sie hat wirklich was geleistet. Ryder, unterstützen Sie sie nicht auch noch? Sid, ich weiß, dass du irgendwo hier in der Anlage bist. Steig in dein Shuttle und flieg zurück zur Nexus. Aber ich kann dabei helfen, alle hier rauszubringen. Du hast eine Tür gehackt, ohne sie auf Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. So eine Hilfe brauchen wir nicht. Dann übernimm du das Kommando. Ich hab die ganze Basis im Blick. Ryder? Wenn sie uns sagen kann, womit wir es zu tun haben, wäre das eine große Hilfe. Siehst du? Na gut, aber sie muss sich an meine Anweisungen halten. Kriegst du das hin, Sid? Ja, Vetra. Wir bleiben hier und kommen nach, wenn es sicher ist. Wir wollen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Je früher wir aufbrechen, desto besser. Sid wird uns warnen, wenn irgendwas auf uns zukommt. Folgt dem Gang durch die Kantine. Das ist der schnellste Weg. Okay, aber bevor wir weitergehen, bist du in Sicherheit? Ja. Ich hab ihr System von außen angezapft. Das Shuttle ist gut versteckt. Vertraue mir. Ich weiß, was ich tue. Das ist der einzige Weg. Aber schauen wir mal. Ich glaub, Ryder hattest diesen ziemlichen Trip. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oh, oh. Oh, oh, Ladebittchen. Alles wert. Sie müssen mir glauben, Ryder. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Mist, 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 Mist. Mist, Mist. Oh, Mist. Ja. 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 Ah. Muss ich das machen? Oh, okay. Ich muss das machen. Oh, okay. Ich kann da rum experimentieren mehr. Oh. Oh, okay. Kann da rum experimentieren mehr. Ja. Sie haben sie nicht gesehen. Bleiben sie hier. Wir kümmern uns darum. Das war's. Wir sollten uns vergewissern, dass es den Kolonisten tot geht. Ja. Sind alle in Ordnung? Sidera nix, du hast dich f***... Ah. Ja. Meine kleine Schwester. Sie hat sich mit Kadera-Gangs angelegt und andere in echte Gefahr gebracht. Das wird nie wieder passieren. Das schwöre ich. Ich wollte doch nur helfen. Galloway und seine Leute wollten lediglich ein Neubeginn. Schluss jetzt. Ich verfrachte dich in ein Shuttle und... Ryder? Sie ist ihre Schwester. Na toll. Danke für die Unterstützung. Na gut, Sid. Du kannst helfen, aber du... folg dem Gang durch die Kantine. Das ist der schnellste Weg. Okay, aber bevor wir weitergehen, bist du in Sicherheit? Ja. Ich hab ihr System von außen angezapft. Das Shuttle ist gut versteckt. Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Also kommt hier nichts unterschiedliches raus bei den Optionen. Wie gedacht. Wussten Sie, dass sich Ihre Schwester für Sie ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder denken Sie wirklich, ich hätte das zugelassen? Es erklärt... Ah, sorry. Merde. Belehrt auf jeden Fall, warum sich einige meiner Kontakte so merkwürdig verhalten haben. Pff, verdammt. Wer weiß, was sie noch alles in meinem Namen gemacht hat. Identitätsdiebstahl? Ja. Sie sind vorsichtig und versuchen keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich werde sie im Auge behalten. Versprochen. Identitätsdiebstahl ist kein Witz, Sid. Du musst dich ins System hacken, um für Ablenkung zu sorgen. Alles klar. Aber beschränk dich auf eine Aktion. Du gehst rein und sofort wieder raus. Wenn du zu viel daran rumfuschst, werden sie dich aufspüren. Ich hab eine Sekunde für Witze. Ich kann einen Stromstoß an diesen Generator leiten. Die elektrische Entladung könnte einige von Ihnen ausschalten. Ja? Kannst du den Generator überlasten, sobald ich durch die Tür gehe? Klar, kein Problem. Ach, ich mach mich selbst zählen. Scheiße. Oh, das war die falsche Wahl. Mach einfach die Tür auf dem Mittel. Oh, nein. Bitte nicht nochmal. Okay. Okay. Ja. Sie sind vorsichtig und versuchen keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich werde sie im Auge behalten. Versprochen. Sid, du musst dich ins System hacken, um für Ablenkung zu sorgen. Alles klar. Nein. Ich brauch keine Ablenkung. Mach einfach die Tür hinter dir auf. Sid, was ist hinter dieser Tür? Ähm, sieht nach einer Art Werkstatt aus. Da drin könnte es vielleicht Equipment geben. Irgendwelches Sicherheitspersonal? Ja, jede Menge. Wenn ich die Tür öffne, werdet ihr euch mit ihnen auseinandersetzen müssen. Okay. Werkstatt. Werkstatt. Wir müssen in diese Werkstatt. Ich will sehen, was da drin ist. Ganz wie sie meinen. Der Generator war gerne. Oder war das für das Dancecamp anscheinend. Krass. Ha! Ha! Reinde! Feinde! Beide! Musstet ihr sie wirklich alle töten? Wäre es ihr lieber, sie hätten sich deine Freunde vorgeknöpft. Nein, aber, ach, alles klar. Nehmt als nächstes diesen Gang. Er führt euch durch, ähm, sieht wie ein Haufen Käfige aus. Oh, Tiere. Ich glaube, die Shotgun ist nicht so gut wie die andere. Was zum Teufel geht da vor sich? Wer pfuscht an den Sicherheitssystemen rum? Und wieso sind die Fids ausgefallen? Antwortet mir! Geraway, bleiben Sie, wo Sie sind. Im nächsten Gang sind Wachen. Okay, Sie gehen weiter. Alles in Ordnung. Die Luft ist rein. Danke, Sid. Das war knapp. Oh. Wow, das sind echt viele Tiere. Vielleicht wollen Sie sie ja abrichten. Falls Sie noch wild sind, könnten Sie uns einige dieser Wachen aus dem Weg schaffen. Andererseits könnten Sie auch uns angreifen. Geschütze. Das könnte ein Problem sein. Ich kann Sie abschalten oder Ihre Angriffsprotokolle ändern. Sie haben einen Koloss? Ich kann diesen Käfig nicht öffnen. Der Fernzugriff wurde deaktiviert. Sie wollen vermutlich nicht, dass es zu einem Unfall kommt. Okay. Ich nehme die Geschütze. Lass uns diese Geschütze aus dem Spiel nehmen. Okay. Mit den Geschützen los! Mit dem Feuer! Was ist denn mit dem Geschützen los? Ein Koloss! Zurück! Ach, komm schon. Die Sicherheit hier ist Wahnsinn. Was um Himmels Willen zahlt, Meriweather, den? Oh, boi. Nix da. Das Ding war ja echt riesig. Ihr wart unglaublich. Naja, wie auch immer. Ihr solltet jetzt durch die Werkstatt gehen. Das ist der direkte Weg nach draußen. Okay. Das ist ein bisschen... Oh, hallo, Tiere! Huh! Bisschen wie Skrur ausgeleert hier. Das mit Kurganern. Kann ich die von draußen ausschalten? Ach, gehen wir rein. Komische Geräusche. Heißen die wirklich Adi? Ah, jetzt eine schlechte Beleidigung. Das sind Adis, wenn die, ähm... Char und seine Angara die ganze Zeit Adis beschimpfen. Ist das eine Beschimpfung für Hunde? Das gibt's, ähm... Mexikanischen auch. Was heißt das? Perro oder so. Mexikanischen, spanischen. Köder Wump, du. Wir haben eine Ratte im System. Und ich will, dass ihr sie findet. Es gibt doppelte Rationen für denjenigen, der sie mir bringt. Galloway. Alles okay bei Ihnen? Ja, Sie haben hier ordentlich aufgeräumt, Ryder. Wir hatten bisher keinerlei Probleme. Im Deutschen wird das ja nicht so oft benutzt. Ah. Schaffe ich es, die Kühlung anzuschauen? Wenn der Antrieb über einen geladenen Kern verfügt, könnte er möglicherweise explodieren. Kann ich das wieder killen? Keine Ahnung, was genau in diesen Tanks ist. Aber ich könnte es ausströmen lassen. Das Zeug durchdringt jegliche Schilde. Wenn wir nicht vorsichtig sind, schadet es nicht nur denen, sondern auch uns. Wenn der Pilot es schafft, in diesen Panzeranzug zu steigen, haben wir ein Problem. Sie ist zur Wartung an das Netzwerk angeschlossen. Ich kann ihre Systeme deaktivieren. Yep. Weg mit dem Mac. Sieht aus, als hätten Sie jede Menge Optionen. Deaktivier die Hydra-Panzerung. Ich will nicht gegen das Ding kämpfen müssen. Alles klar, Pathfinder. Gesprochen wie ein echter Mann. Und Mensch. Ja, ich habe viel Glück, der Bittenmittel. Komm an. Ryder, Achtung. Ich glaube, die wollen jetzt besonders schlau vorgehen. Das ist... Was ist das für ein Callout? Wenn er nach sich selber werfen ist, das ist besonders schlau. Das war echt schrecklich. Ich wusste ja, dass ihr sowas macht. Aber euch dabei zu helfen ist... Was anderes. Ne. Genau deshalb wollte ich dich immer von dem fernhalten, was ich gemacht habe. Aufregung und Abenteuer sind nun mal oft auch mit Schmerz und Blut verbunden. Verstehe. Naja. Ich glaube, als nächstes müsst ihr durch die Tür. Wo sind wir? Da. Tür. Keine Kratzer. Da. Sid, was erwartet uns jetzt? Sid? Äh, sieht aus wie... Sid? Ich glaube, jemand hat mein Shuttle gefunden. Ich höre... Ich glaube, ich muss... Oh nein. Sid! Sid, bitte komm! Sie haben sie gefunden. Sie werden sie töten. Warum musstest du die Heldin spielen, Sid? Das war dumm. Schrecklich dumm. Sid ist ein Druckmittel. Sie werden sie noch nicht töten. Wir müssen nur schnell sein. Sie haben recht. Ich glaube, ich kann Sids Signal verfolgen. Das müsste uns zu ihr bringen. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Müssen aber vorsichtig vorgehen. Sie haben meine Schwester. Oho. Da ist der Hammer rumrauschen. Achtung! Sie kommen direkt auf uns zu! Diese Konsum ist verletzt. Vermutlich die Sicherheitssysteme in diesem Raum. Wir sollten sie abschalten. Ähm... Sagen Sie mir bitte, dass Sie mit Ihrer Schwester ein Gespräch über all das führen werden. Oh, Sie haben ja keine Ahnung. Du hast also meine Leute getötet. Hab ich nicht? Ich habe niemanden getötet. Ich weiß nicht mal, wie man eine Waffe abfeuert. Wenn Sie Ihre Ratte wiederhaben wollen, Red Rönix, kommen Sie zu mir. Hilfe! Okay. Dann kommen wir zu ihr. Schreck sagt gar nichts in dieser Mission. Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt tun, Pathfinder. Die Explosion wird auch Sie töten. Dazu lassen Sie es nicht kommen. Vatra! Alles wird gut. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert. Okay. Reden wir. Was wollen Sie? Als erstes, weg mit den Waffen! Tötet sie! Tötet sie alle! Das ist jetzt so leise geflüstert. Das hat doch niemand gehört. Wuhu! Wohin, Mädel? Wohin? Ich lasse keinen an Sie ran. Keine Sorge! Oh, das war's mit Meriwether. Ha! Oh, ja, da hat Drexos gesagt. Da gehen noch mehr von Meriwethers Leuten in Stellung. Ich sehe sie. Oh, ich mache immer Feuer drauf. Nice. Die Belüftung hier ist furchtbar. Alles stinkt nach Speiwanzen. Kümmern Sie sich nicht darum. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie nicht draufgehen. No Ryder will sich über die Belüftung hier trennen. Beschwerd. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Mir... Mir geht's gut, denke ich. Okay. Bringen wir dich zu deinem Shuttle. Bumm. Was sind... Was sind das für Räume? Was sind die typischen... Ja, gegen das Spawnräume halt. So. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Ich... Ich bin okay, denke ich. Hilfe ist unterwegs. Es geht uns allen gut. Dank Ihnen. Ich wollte das alles nicht. Es tut mir leid, okay? Du kannst dich nicht einfach mit Leuten von Kedera anlegen. Die sind gefährlich. Ich... Diese Leute wollten ein Neubeginn. Sie wollten keine Exzellenten mehr sein. Niemand hat ihnen eine Chance gegeben. Also dachte ich, dann mache ich das. Ich helfe ihnen. Diese Entscheidung stand dir aber nicht zu, Sid. Ich will nicht, dass dir was passiert. Mein Job hat hässliche Seiten. Und mit denen solltest du dich nicht beschäftigen müssen. Du hast auch in meinem Alter angefangen und bist gut damit zurechtgekommen. Aber nicht freiwillig. Du hast gesehen, was hier passiert ist. Das ist kein lustiges Spiel, Sid. Ja, und anfangs war ich auch schockiert. Aber jetzt verstehe ich. Und ich komme damit klar. Ich will nicht, dass du das musst. Wie auch immer. Ich gehe zurück zu Nexus. Wie du es wolltest. Klingt, als sollten sie beide ein langes Gespräch führen. Aber vorher braucht sie etwas Zeit zum Nachdenken. Und ich auch. Hey, wenigstens sind die Siedler in Sicherheit. Danke für ihre Hilfe, Ryder. Können wir jetzt von hier verschwinden? Geil. Das war's. Das war, glaube ich, einer der schnellsten Nebenmissionen. Loyalty Missions. Okay. Ich habe schon gehört, dass die Wehung... Das Kind war wohl ziemlich wütend auf Sie. Das Übliche. Die Ausgangssperre ist unfair. Auf der Nexus bleiben zu müssen, wo es sicher ist, ist unfair. Alles ist unfair. Sie hasst mich. Hat sie den Satz, du bist nicht meine Mutter ausgepackt? Diesmal nicht. Ach, Sie machen das gut. Ja, der war gut, ich weiß. Der war gut. Der war gut. Ach, wo war ich mit den Gedanken? Keine Ahnung. Ja, ich habe schon gehört, dass... Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich habe... Was? Ja, ich habe schon gehört, dass... Jarl und PB anscheinend die Lieblinge der Developers sind anscheinend und deswegen mehr Missionen bekommen und mehr Missions-The-Days und Liebe als Vettra, Korra. Liam kriegt komisch, weil es auch ziemlich viel. Wahrscheinlich war er ziemlich stark mit Jarl zusammenhängt. Aber bei Korra gibt es ja auch nicht so viel. Ach, Sieg. Keine Sorge, ich habe die Stimmen ausgemacht bei der Musik. Trotz allem, was hier schiefgelaufen ist, dieser Anblick ist einfach atemberaubend. Ja, die Schlucht wieder in der Anblick. Ach, das ist so blöden, es ist gut. Ach, das ist so blöden, es ist gut. Und ich bin fertig. Glaublich. Buhdiung, 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 Buhdiung. Buhdiung, 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 B nein okay was sagt die karte das erste mal abstützen da gibt es noch was wauw wauw und das war's mit der musik ausgefedert aktiviere automatische errichtung von aufklärungsposten in der region sind abzunen verfügbar pathfinder ich habe sie ihren system hinzugefügt ist ja nichts mehr interessantes auf der karte ja in der gelände gehen wir aufs schiff ich ziehe sie hoch wohin jetzt pathfinder hat die katze nicht länger sein können wahrscheinlich koros der mission allein der ausblick hat gefragt ob sie mal vorbeikommen können ja ja das fragt er oft ok ok was wollte ich nachschauen wie lange wir schon in der folge drin sind mich nicht zu sehr von der aussicht ablenken lassen verdammt für die mission kurz so eine aussicht macht bock auf weltraum erkundung ok schauen wir mal was wetter zu sagen hat in der waffenkammer in der waffenkammer hat sie zu sagen charles haus ist das nicht kora auf kadera solltest du lieber nicht abhauen sonst landest du noch in irgendeinem anderen käfig oder einem eintopf er ist ein guter junge nicht wahr das bist du doch oder sie wissen schon dass pie jacks überall hin pinkeln ja du wirst das aufräumen keine sorge ist er wirklich ein guter junge wenn er überall hin pinkelt wir könnten jetzt zu gill gehen das leon das waffenraum verdammt nochmals sit was ist los ich verschaffe mir einfluss bei mächtigen leuten und meine schwester macht das alles zunichte indem sie in meinem namen gefallen einfordert wussten sie dass sie sich das genomen von dem heißen die noch von katzen beschafft hat aus dem archiv erstens gibt es im moment keinen ort um tiere zu züchten und zweitens sind sie offenbar nicht mal nahrungsmittel warum also macht sie so was hast du katzen als nahrungsmittel katzen sind niedlich katzen sie niedlich viele leute lieben katzen sie machen sie glücklich ich denke wir können es uns im moment nicht leisten vergnügungen über notwendigkeiten zu stellen sie denkt einfach nicht nach sie will allen helfen und schert sich einen dreck um mögliche konsequenzen und sie findet das was wir machen einfach nur aufregend ohne wirklich zu begreifen was es bedeutet was mich raten hunde sind okay wenn man damit gütten kann wie sollte sie es auch begreifen wenn sie ständig versuchen sie von ihrer arbeit fernzuhalten ich wollte einfach nicht dass sie zu früh erwachsen wird nicht so wie ich es musste sie hat bewiesen dass sie dafür bereit ist darauf müssen sie vertrauen sie können sie nicht ihr ganzes leben lang beschützen aber was wenn sie sich wieder in schwierigkeiten bringt was wenn ihr etwas zustößt dann sind sie da um sie wieder rauszuholen ich hasse es wenn sie recht haben sie wird sowieso ihren eigenen weg gehen ganz egal was ich tue aber ohne meine hilfe wird sie sich nur noch größeren ärger einhandeln danke für ihre hilfe ich schwöre ihnen meine schwester wird uns nie wieder in einen hinterhalt führen schade eigentlich aber es wird sowieso keine fortsetzung von diesem spiel gemacht die musik muss anscheinend ganz laut sein dass man ein bisschen was im hintergrund hört korra ihr necks weiter wie geht die suche nach der arche der asari voran wir haben diese nach punkte sobald sie bereit sind können wir los wir sehen uns später korra ich werde hier sein ich hoffe das dauert länger wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht ich hätte noch zehn minuten auf dem planeten herum kreisen können das wäre es wert gewesen ok schauen wir mal ob wir was kriegen cooles nein nicht hier mache ich das mal ohne episode wenn wir mal ob wir success haben nein haben wir nicht veteran ok schon mal gute loot hier auch bei check hat wieder hergepinkelt ähm ja 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 auch bei track kann ich irgendwo was einsetzen nein 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 ich habe vergessen meine belohnen up damn it zu holen was wollte ich als letztes herstellen was eine waffe was eine rüstung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung nochmal bräuchte ich nichts herstellen was soll ich nun schrutt finden da war und was was ich herstellen wollte mit dana ha dana sehr witzig wo ist denn die skater shot da waren noch immer zu wenig virgins geopfert rüstungen was haben wir da neues nichts cooles ich weiß gar nicht was ich da noch brauche überhaupt mods keine ahnung was sagt der shop was sagt der shop piranha ähm ja ist egal egal als nächstes wird die kora gestartet ich sollte es gleich mal auswählen da haben wir noch punkte 40 ok ist egal eigentlich schaden gegen ist eigentlich ziemlich gut online aber bei den gefährten macht es glaube ich keinen großen unterschied was die da wirklich reingedonert bekommen energiepanzer weil sie so oft benutzt schon was zum das 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 voll das 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 ist das ein planet ich glaube die waren einfach im ar ich glaube die mission war nicht so spannend so wie ich seine erinnerung habe Oh ja, sorry, wir legten uns vorwort. Anomalie auf den Sensoren. Hopp. Sonde gestartet. Das ist Koras' nach Punkt. Schaut so aus, als müssten wir da rein. Am Rande der Rappenpflicht. Ach, Leusina. Jo, jo. Das machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Eine gewerte Mission wieder abgehackt. Die nächste kommt dann in den nächsten Part. Dann sind wir bald mal fertig mit diesem Spiel. Peace out.